Bleiben Sie sich locker und leger mit dem Besuch des Konzerts von The Baseballs auf dem Rathausplatz heute Abend. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Auswahl hier. Von meinem Outfit her ziemlich vollständig. Als nächstes brauche ich erstmal Schuhe für das Outfit. Wir nehmen die Mitte! Unsere neue Shopping Queen vom Südring Center 2015 ist Jessica! Ich bin ganz froh. Es war total stressig am Anfang, aber zum Ende hatte ich immer ein besseres Gefühl. Und jetzt bin ich total froh, dass die Ente in den Urlaub kann.